Ja, was ist jetzt mit dem Wetter an Weihnachten? Gibt es weiße Weihnachten oder nicht? Die Antwort ist, man weiß es eigentlich noch nicht genau. Man sollte sich vielleicht noch nicht unbedingt auf eine Seite stellen. Dann warum, das sehen wir gleich. Zunächst einmal, eine Sache ist schon mal klar. Es wird wieder wärmer. Es gibt das Weihnachtstauwetter dieses Jahr. Sehen wir ganz gut, Temperaturen steigen auf 10, 11 Grad nächste Woche an. Nur im Südosten ist es etwas kühler. Und wenn wir uns dann mal die Abweichung der Höchstwerte angucken, dann sehen wir, dass es doch tagsüber insbesondere deutlich zu warm ist und nachts letztendlich auch. Und wenn man sich dieses Bild anschaut für nächste Woche, dann könnte man denken, grüne Weihnachten sind gesetzt, da passiert nicht mehr viel. Aber wenn wir den Blick mal ein bisschen weiter schweifen lassen, dann sehen wir, dass über dem Nordpol was passiert. Insbesondere in der Mitte nächster Woche, da wird arktische Luft ausbrechen. Also einmal nach Asien und einmal nach Amerika. Und das ist gar nicht so weit weg von uns. Und jetzt kommt es eigentlich nur noch darauf an, wie das Azorn hochliegen wird. Und das ist ja stark diesen Dezember, stärker als gedacht und ist halt noch die große Unsicherheit. Nein, es gibt tatsächlich Lösungen, die sagen, es wird sehr, sehr warm werden. Und es gibt Lösungen, die sagen, es wird sehr, sehr kalt werden. Also wenn wir uns das hier angucken, dann sehen wir eindeutig, dass Weihnachtszahlwetter nächste Woche, Temperaturen steigen sehr stark an. Aber sie gehen auch kurz vor Weihnachten offensichtlich wieder nach unten. Und wie stark sie nach unten gehen, das ist noch nicht sicher. Die Spanne, wie wir hier sehen, ist sehr, sehr hoch. Also es könnte sogar wärmer sein als heute. Aber es könnte auch um einige Grad kälter sein. Und das könnte wiederum bedeuten, dass es doch noch weiße Weihnachten geben kann. Die Tendenz geht auf jeden Fall dahin, dass Weihnachten eher kalt ausfallen wird. Das Dumme dabei ist, das ist sehr unsicher. Die Sicherheit würde ich jetzt mal mit 60 Prozent angeben, dass es kalte Weihnachten zumindest mal geben kann. Das ist nicht sonderlich viel. Und deswegen müssen wir auch noch nächste Woche abwarten, was dann tatsächlich die Wettermodelle da nochmal ausrechnen und was uns dann tatsächlich Weihnachten so bringt. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf www.weiter.com.